Moin Leute und willkommen wieder zu meinem Kanal! Okay... 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 Da steht man doch so... Ja gut, Schneetag... Na okay... Ach, ich hab ne neue Folter davon... Da goes the writer, okay... Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin's wieder euer... Ich bin's wieder Jerome... Ja... Auf einen anderen YouTube-Kanal, weil mein Alter kann ich keine Videos machen haben... Das geht nicht mehr... Ja, weil... Ich brauchte nur E-Mail-Adresse, alles drum und dran... Ja, und dann... Ja, ging's halt nicht... Weiß ich euch jetzt auf diesem Kanal... Das Video, ne... Ja, fang mal mit einer Rollo-Runde an... Ab 9 Uhr gehen die schon offline über die Server... Ach du Scheiß und... Okay... Okay... Mmm... Ich hab die E-Tail müssen... Oh, die E-Tail müssen... Oh, die E-Tail ist... Die Leute, nicht wundern... Ich bin krank und bin gerade in der Schuhe... Ja... Ja... Halt Fieber und alles... Kein Scheiß-Reviver... So getotzen... Und jetzt erstmal Frühstücken... Ja... Ja... Ich hab mich gar nicht verstanden... Ja... Ich hab mich gar nicht verstanden... Ja... Ich hab mich gar nicht verstanden... Ich hab mich gar nicht verstanden... Ja... Oh, die Schaden sind leckerschmeckerer Biggie... Und... Ne Maschinenpistole... Mmh... Hmm... Leckerschmeckern... Dieses zwei Sachen schmecken schon mal richtig mit dir... Hm... Hm... Oh... Oh! Hinten da gesehen... Ah, ja! Ah, ja, war kein Zohr so kaputt. Ah, du kriegst halt von dem Teil! Okay... das ist aber das ist ein Klinik der Gäste Spiegel ob er würde werden wir uns in den Alter das sind Popel sollte man kaputt schlangen zu die gut während der Teleskop und ein Tiefen was okay dann haben wir denn da eine kugel weiter dass ich die alle davon mit gold oder ich kann ja gar nicht mehr klar ich war jetzt zwei tage in der konsole hat sich alles hier verändert oder alter städte zwei tage in der konsole ist alles gold oder hübschen ich weiß ich zwei tage in der konsole und schon hat sich alles in der mitte verändert hier lecker schmeckt also zwei biggys mit einmal oder ja trinke ich noch mal weiter Das war's. es ist doch hier zu den holzen stark hat man echt sehr denken ich bin die so selten bin ich nicht so lecker schmeckt alle pampel das schmeckt nachher kommen ja die neue season 3 4 stunden offline sein oder so eine zeitpunkt könnt ihr euch das update schon mal runterladen und so ja ihr habt ihr braucht ihr wenigstens das update nicht mehr runterladen naja jetzt habe ich euch später noch den wettel passt wenn ich es schaffe oder wenn ich daher online kommen wenn ich überhaupt noch online kommen werde ist ja noch nicht ob ich heute überhaupt noch mal online kommen werde ich das euch nicht machen wenn er ja was ein leckeres schmeckern luthier und guck mal so viel waffenkriege ist das uhr mein guter schild auch da hinten spaß wo bist du denn wo ist er denn zeigt sich doch im haus oh mein gott A. H. Ja, 6.3 evil Staffel, Bruder. Wie. Ja. Ey, Bruder. Das war's für heute. eigentlich Was? Wir lassen... Nein! Passt! Ja, das Becken lasse ich so. Na schon, wir haben über den 2020-Gleiterjahr. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. in einer ps4 lobby diese pc hat sich für die stilte ich wollte auch niemals der pc weg sind Okay, oh Scheiße. Nacken, ich will mal von der Freundin ziehen. um mal ein tag ich bin auf die schritte nachkommen die wir wissen die schrauben weil er weiß die mit 6 er wird auch noch was passiert dann ja und jetzt sind mit verflucht überflutet und zu tun haben nicht so aber wenn wir ja sind sehen was er alles passieren würde also war herrn zähler alles gut dran scheiße das sollte mich werden das steht aber am anfang mit nutzen das tut mir echt leid und die tag oder wie ich höre ich höre den tschuld da ist ja der ist oben oder der ist unten gegen das spiel kurz ein paar minis durch den weg hier wahrscheinlich ohne tappi aber das ist ein paar pissen geht nein nein ich hatte mich nicht auf dem buch ich hasse oh mein gut das geht doch gar nicht ich habe in sonne dicken jetzt immer noch 40 schön bruder das geht gar nicht der ist denn das für eine scheiß ja alter scheiß fußballspielerin alter die man den links ficken alter ganz ehrlich meine presse ich hab das mal gemacht du vorgebracht aus hier du spaß durch kindersicherung gesperrt im namen vor anderen spielern der berg der namen von spielern die keine teammitglieder ihre planen werden für die spieler melde und weiterhin erfasst der macht die scheiße aus die lange dauerten das saune bis hier noch nicht zu finden ist denn daraus dann dauert es paar sekunden alter und keine minute ich bin nicht zu ich bin nicht zu Hm. Hm. Okay. Willi doch? Höf mir unten. Ich habe einen Daumen. Höf mir unten, oder? Ah, ich sage mal, dass ich die paar. warte mal hey diga verarsch mich doch nicht ja passt doch ja ja wie steht ihm du spaß das ist ja schon wieder ein alter ein länder war ja nein will ich nicht du spiel da halt die fritte halt die labe jungen man muss ja den scheiß vom pc spiel an treten oder was meine güte so drei minuten auf der server offline die morgen leute mit dem mani mit dem mani war doch da war pepi weiter oder bist ja steckt auch gerne mein instagram account ab besser sagt mich auch auf unserer Da ist nicht groß zu rum. Ah, fuck it! Man, das taucht mein Herz jetzt sogar auf mein Ohrn raus, Digga. Mann! So, jetzt bin ich wieder. Ja. Eieieiei. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann lasst bitte ein Abo. Und das dann nicht. Was? Shandos geht schon live? Ich glaub, Shandos geht schon live, Digga. Ja, Mann. Shandos geht live irgendwo. Ich geh mal über Nachrichten, ob du da warst. Was ist denn das für ein Rotz, ey? Mal bei nach. Tsegeräusche Kаться Aus geht immer. Ja. Eine Minute, Digga. Ja komm wir landen auf dieser Brücke Ich weiß nicht warum, aber es gibt eigentlich so was iPhone Ah, Digga Ah, Medi, lass ich fliegen einfach, ich hab den Bock auf Medi Das ist ja nur, ich glaube sie sind noch nicht dauernd Das ist gut Fuck Hö, ich hab Doppeltrepper einfach mal gebaut ohne dass ich das mach, wohl so Bruder muss aus Ja, okay, dann muss ich das nicht mehr zu tun, dann muss ich das auch noch komplett Okay, ja, ich hab um 10, okay, gut, dann weiß ich das Okay, dann weiß ich das Oh, geil, ich will, der wird gestiegen, soll ich noch 300 Level 300 noch erreichen, Bruder Was soll ich das noch erreichen, ey Level 300 schaffe ich doch nicht mehr, ey Meine Güte, ich wollte eigentlich noch Level 300 erreichen, aber guckt euch mal Level an, der Ich bin ein Nier von Level 300, aber ich werde 200 Pro nicht mehr erreichen können Ich bin echt der schlechtes Spieler der Welt bin, ne Ich bin echt schlecht, alter Ich hab zu wenig Baumets, Digga, als ich so wenig Baumets habe Und bessere Baumets, ich bin Baumets Ich brauche Baumartier, Alter, ich bin echt Alter, Junge, ich bin jedes Mal die gleiche Waffe gezogen Ey Bruder, ich hab keinen Bock mehr, ich will nicht über die gleichen Waffen kriegen, jung Das ist ja lieb Ich hab in vollends die Farben, wie ein einziger gelandet ist Okay, das ist ja aber Ganz was anderes hier noch Ganz andere Sache, ich hab immer schön bekommen Nix, gar nix Ja, okay, das ist ja nie die Farben aus, durch die Ja, moin, übertreibs doch, Dreck, Junge Übertreibs doch, Dreck, Junge Junge Ja, moin, ich hab keine Maps mehr, Bruder, ich hab aber keine Maps mehr Ich hatte keine Maps Ich hab keine Maps Du, was kommt der Mix da? Pick das! Und deswegen spiel ich kein Arena Deswegen Ich soll ne Scheiße immer wieder Weil ich's nicht abfuckt Weil ich's eine Waffe Kacken Scheiß PC-Gamer Die facken richtig ab, Alter Die facken, Alter Deswegen wollte ich niemals zu PC wechseln Erstens, ich wollte mal wissen, wie man da läuft, aber keine Ahnung, was die Scheiße macht, Alter Jungener PC-Jungen ist behindert, Alter Ja, Piz Ja, doch, ich mach auf einmal, wo ich mich so föhne, Digga Ich will mal gucken, wie viele Kids ich das mal mache Weil letztes Mal hatte ich Teams, keine Ahnung, wie viele Kids, Alter Ich glaub, dass die Amit schon wieder drin ist, achso Ich weiß nicht, wie viele Kids sind da oben Ich bin fangen Achso Achso Tsss 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 La 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 LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL. SCHNAnn-ija-PLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLIC. Ich über das Zeichenияwalt ist all nelle löhne. Lalalalalalala er hat so leute dass ich das gott so lange nicht nur alleine zu hause mit dem schlechten springreiter liegt die marke bessere tag gekriegt als netz jetzt ist es auch ein dicker ohne grau oder so piekisch ein ne ey die 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 da vor strinke erst mal hier oben gucken ja schick mir munition scheißfahre Die Zone, die Zone, die macht mein Auge. Ja, man, bitte. Oh, Slipper, Slipperi-Pippa, Slipperi-Pippa, Tripperi-Turer. Ich weiß nicht, was ich lebe, fragt mich auch nicht. doch lieber nicht mit bruder legt auch die ganze kacke er kann ja lieber luka las überlegen wenn ich bin ich bin alter das komplett aus weil ich hasse du trinkst ein bg und dann findest du aber mini es kommt kein weg ihr keine mini das ist gut ist gut fliegt und da ja weiter ist ja wenigstens das ist in die mann gehen heute sache danke ich habe einfach ganz schnell da oben gedrückt die er sich aber ganz gut da obwohl ich gerade schneller umgeguckt habe die umverkommende vorstunde nun nicht mehr lange werden sie zu retten vor allem er wird die drohen die drüben facken das stundende Elke gibt die Touralte und gebetreifend drei vier ein Blau-Sniper-Güter-Güter und jetzt mit ihm zu holen ich würde ihn mit Blüten ich muss über die zone laufen als zu looten ist besser werde ich jetzt ein gegner bin gegner alter der raste ich hab ja da weil ich es 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 ging wohl nicht oh scheiße oh mein Fuß digga Mann, fängt ihn nie. Das Dom wird mich eh nicht so schnell klingen, weil ich passt in der Zone. Ey, wo ist schon gelootet, Bruder? Der hat mal looted drinnen geklaut. So, ein abgefackter Hund. Der hat geklappt, Bruder. Komm ich nicht, ich hab hier zu spüren, Bruder, ich war da nach unten. Hä? Was ist denn das für ein Fake, Bruder? Ich bin trotzdem falsch schon. Scheiße, ich bin mir da zu, ich bin so dumm gehandert. Ja. So, durchlaufen. Ich weiß, wie ein Palschankrieger, Alter. Ja gut, das war aber nicht was um. Ich krieg sie aber lieber mal ganz schön in die Zone hier rein. Die hat wohl ja auch schon gelootet, ey. Ich bin trotzdem schockiert. Und wenn ich noch mal ganz schön bin, dann geht es schon wieder. Ich bin schon wieder. Oh gut, Bendy sind hierbei gut. Okay, nur noch einmal. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Du musst nach Meili-Auschau halten, Digger. Ich brauche ein Meili-Kick. Und ein Beggy. Dann hast du auch immer tapis. Okay, da hast du schon mal nix, Bruder. Da findest du gar nichts. Ey, der Gschulder, ich hasse Schüder. Die ist ja immer so im Weg. Oh ja, Alter, der wir sitzen müssen. Oh, wieder haben wir den. Okay, ich seh mal von dem Weg. 4,20 Uhr. Ja, der Gschuld. Oh, fuck, der Sturm ist wieder hinter mir, ja. Nein. Ich hab mir den Tag abgelegt bei diesem Haus, Bruder. Nein, ich muss zurück, Dick, aber ganz dringend. Scheiße, bin ich blöde. Steh doch raus, du Vogel. Ich muss in die Zone. Ohne. Jetzt würde ich lieber ein Jumpet haben, aber nicht Key, Bruder. Es ist selten, ich ein Jumpet habe, ey. Kreis von mir aus. Ich habe mich jetzt an der Tone verweilt gebudert. Nein, Sie waren doch eigentlich sehr glücklich. Halt die Freizeion!!! MAAAANNN!!! MAAANNN!!!! Kass euch mal Nootjob, ihr hessige Horsöhne!!! Nur beim Nootjob Campen können sie, nur.... Das sind Noobs!!! Noobs, Noobs, Noobs! Nur beim Nootjob Campen mehr nicht... richtige abfocker junge richtige richtige abfocker alter ich hab einfach oder wieder schweißen also sind dafür vorher also diese mal abfocker ballons meine küche alter du möchtest spieler fange ich bin jetzt hier fange alter ganz ehrlich so was sie auf alter aufrege tut er kommt ja meine güte ich guck mal das war der troll die diese radde um vor zwei Stunden Jungen was ist denn da mit ne Kack Blödmann Alter welche Bastard sind jetzt an nein teurer Regen dieser Pisser Herr Moin, ist da wieder nicht ne Schule Junge typisch Christiano und Neido Alter ach so der ein bisschen das Spiel ist der war gar nicht ne Schule der Pisser Junge ich bin immer noch im Nachtzeug Alter WUHU BAM BAM ZACK ZACK JUPI guck mich halt du kleiner Bastard was ist das Kanacke was ist einfach mal Kanacke Alter in meiner Straße gibt es keine Kanacke ich bin mir nicht rot ankommen Junge war ich nicht mit der Chase Frotter Junge war ich nicht mal das ist Kanacke Alter guckst Hallo? 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 Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. 4 Juni der Karte nun sie ist in der Spiegel spielte so das erste Mal in den Krieg und in der Anbieter Junge und das ist noch keine Zuschauer kriegt halt schon mal er will ich habe und nicht mal Abonnenten wo es sei meine Freunde sagen dass ich nur im YouTube-Kanal und Rösser na nee die Tagung ich habe schon ein Kind über Weihnachtsmann KUKA die Wüste der Kammer nicht zu dir wollte mich so flexen aber dafür schnauze sie geht um Stinkranaten und hat den Konrad nicht über mit die Fakten auch aber durch den Konrad die Verboten mehr die mich nicht mit sich macht ihn nicht so das Leben die Titel aus ich will auch nicht blöd oder so da wird hier auch bett zu überholen wir sind schulden zu bett sieb vier Bruder 4 die Gare Juhu! Ah, hier unten ist es nicht mehr okay. Gut, ne, doch nicht. Ich dachte jetzt schon. Anscheinend wollen sie alle keinen Jump-Up nutzen, das muss man sagen. Habe ich ja kein Fleisch, da liegt ein schöner leckerer Piggy für mich. Den drück ich mir erst mal an, dann drück ich mir in den Midi und dann wird der Sieg geholfen. Ich bin der Beste auf der Welt, ich mache jeden sowas von fertig. Mich wird keiner mehr besiegen, ich bin der Stärkste und hab bis sofort mehr später. Ich bin der coolste auf der Welt, mich will keiner richtig fertig machen. Das sag ich jetzt schon mal. Alter, was hab ich denn? Ich bin der Karte, ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Was hab ich grad gesucht? Ich bin der Karte. Oh, wir gehen zum Loochip. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Und ich bin der Karte. du bist der Karte. Das kann jetzt mal ganz schön sein. Alles klar. einfach zu geilen gerade so hochgeschafft oder da kommt schon kaputt achten muss leute dort war eine truhe das war meine ob ich euch da ja mal sie geht er kann nur so schweben jungen was aber auch für ihn nur ist alt der assistischen roten müssen richtig abholen die münchen ich bin schon mal ich bin schon mal runter erinnert und erbte sein kann wird er ist in der mitte ist die vor jetzt sind wir zwei madali es sind zwei jambes bruder es sind zwei jambes ich will die zwei holen aber ganz schnell bevor die andere zeit ist ja dann fällt nummer eins jetzt kommt das weiter jambet als ob die zwei jambes die mutter zwei jambes bruder sowohl jambes bruder da liegt immer zb oder aber ich habe schon sechs stück scheiß drauf hab ja ja das mal so eine dinge immer doch wacke das ach da liegt die mutter kann ich ja voll die miet wochen das zwei jambes bruder kann man von c4 dann auch mehr mitnehmen anschein anscheinend schon oder ne war schon mal das vorherrschen ach scheiße weiter das ist auch aus der danke ja mutter direkt auf dem manchen liebungen er hat sich hier noch mal genau da ist das andere das andere ich bin ja schon vorbei leuten dank der falle und okay alter den von meiner fresse gott wieder nur job oder 2 2 2 fallen ein jump hat oder es ist einfach wirklich lieber du kommst das ist lustiger dass hier diese dinge oder beziehungsgap flexen oder ein kack spaß er baut direkt vor meiner presse bruder der wohnen ich habe jetzt runter Checker wie viele Lootrobs fallen hier grad runter! Puhuhuhuhu! Ich hab 3 Ampets jetzt. Alter! Oh mein Gott! Ah! Pick dich du Hohensohn! Ah ich hab 100 HP, Bruder. 100 HP, Bruder. Rita, wir müssen den Bischaequ Elias sein! Ja! Ihr habt da grands然 37 Fluminati aufmachen! Ah, ich hab da gemerkt, was ich auch Евrein war. Dann den Köder achten, dann den Köder! Dann den Köder zu Fundermost! Dann den DANF. wieso geht er auch da nicht weg bruder wo es der letzte von uns überlebt hat oh mein gott wo ist denn der er muss angreifen oder so gefördert hätten wir aber haben trotzdem verloren oder das ist ein gegner es kommt einfach noch ein gegner dazu als ob es einfach noch ein gegner dazukommt bruder ehrenlose basis ehrenlose basis du kannst dich machen einmal kommt dann noch ein zweiter gegner dazu nur noch eine halbe stunde dann ist die drei vier stunden das ist doch kacke aback mal ein schuss ich habe die neue fortnacht insog die neue fortnacht insog ich kann noch mal meinen alten account machen bruder ja okay das muss jetzt echt nicht 11 abonnenten schon weiter heute ist so ich dachte ich kann ich dachte ich kann es über dann oder so weil ja ich dachte die eis ernsthaft aber anscheinend kann ich auch noch auf meiner auf meinen eigenen youtube kanal ziehen ich habe echt gedacht das geht gar nicht um die junge hat wirklich gedacht dass es nicht geht abbrechen um die fresse wie lange wird schon leidt mit die europäische ich dass nun ist die noch schaffe ich habe auf dem gehalt ohr ja die genie ist geblendet und links genau da ließen und wie ich dieses Kind aus Kind aus dem Köln was gehen wir dann noch mal scheiße warum liegt ja nichts wieso hat er denn was alles klar liegt noch so was rum er kriegt aber mal hier diese scheiß wicker dinge alter ich hatte es kohle zu spast alter Was ist das, Junge? Ja, hol doch mal eine Karte, Junge! Ich werde meine Karte holen! Hol doch mal meine Karte! Ja, lass meine Karte zufrieden, warum nicht, Alter! Ja, komm! Ja, komm! Komm! Und tschüss! Und tschüss! Er hat einfach erholt alles, oder erholt alle! John Dick, Digga! Hey, Digga! Ich wollte auch noch weiter spielen, Digga! Hol doch bitte mal die Karte und mehr von euch! Oh mein Gott, bald! Oh mein Gott, bin nicht am! Alter, Eliminiz, ich versuche nicht! Äh, Bruder, Bruder, pass auf, du wirst uns! Nein! Hahahaha! Er hat ihn mit Kindern ab, Bruder! Boah! Nein! Lass doch das zu viel nicht! Ey! Er hält so lange das Diamant in der Hand, Bruder, wie keine Ahnung! Und nach... ... ... ... ... ... ... ... Ja, die Karte holt sie oder was? Ey, Junge, was seid ihr für hohe Söhne? Meine Karte lassen sie zurück, Junge, und die anderen holen sie oder was? Ja, moin, Bruder. Moin, moin, Bruder. Ja, moin, Bruder! Ach, gut. Nein, was soll ich denn da machen? Auf einmal kommt er so mit diesen scheiß Granaten da. Du hast da keine Chance. Ei, meine Güte, ey. Ach, ja, passier mal. Passier mal, passier mal. Passier mal. Passier mal. Passier mal, passier mal, passier mal. Deja. Einmal. Um. Kling. F***er. Um der Ecke. Um der Ecke. F***er. 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 Ich könnte ihn zähnigen. Zusammenschauen, Alter. Ja, Leute, ich mach bald auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, auf dem werden Mörder folgen. Also ja, Mörder, Defons, Dorpa, alles dran drin sein. Also ja, kommt keine Bette Royale folgen und alles. Bette Royale folgen, die kommen alle auf diesen Kanal hier bloß. Ja. Alter, der eine ist gerade mal Level 100, der andere ist 99, der andere ist 234. Ja, Mäusen, Digga, Bruder. Und wenn jetzt noch Level 99 ist, Digga, boah, der ist ja richtig schlecht. Ja, ich mach da noch... Ach, ja, soh ком... Soh das Spiel hinter den roten Recht. Ach, egal ich mich. Into dos jetzt. Troppano? die Wettbewerb die Wettbewerb er wurde wieder auf den Dach der Beobachter Jo Bruder! Halt meine Karte! Ich hasse! Dieser Nose-Kind geht auch nicht mal weg von mir, Alter! Er geht dann direkt gleich wieder zu mir, Alter! Er läuft erst weg, dann geht er wieder zu mir! Er läuft dann wieder weg und kommt wieder zu mir, Alter! Junge, was ist denn das für ein kleiner hohen Sohn? Ganz ehrlich, Alter! Junge, verlagert er doch, du Hund! Er verlagert nix! Hey Junge, mach doch mal was! Mach hier doch mal was! Ey, es macht nix! Bruder, es macht nix! Hallo! 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 Ja, cool, jetzt auf einmal! Ja, übrigens hat er meine Karte geholt! Dass er bloß mich respawnen kommt! Oh! Oh! Wer ist denn da beim Dings? Hol die! Hol ihn! Hol ihn! Nein! Oh gut! Oh, er hat nicht mehr, Paul! Wo sie ist, du! Oh! Er hat nichts mehr, Bruder! Oh! Hey, er hat nichts mehr, Bruder! Oh! 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 sind die denn das sind die lustigsten von allen grottes mit ihm gewesen oder das hat man direkt gesehen als dass man christliche botspieler die da fühlt erstmal hochholen wieder obwohl er gegner den titel direkt schon alle pampel aufgeschmissen alle hättchen geschossen weil leider wurde ich geholt von einem kleinen hohen sohn so mit dieser online kommen ich will mit ihnen was da zocken ok ich bin die liebe aller liebe ich hab so lange weide wie noch nie einer die lustige mal Was hat mal kurz in die Vögel genommen? Ey, um zu... oder es ist ein die 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 oder hat Okay, dann gehen wir mal mit den Nachtslappi zu wem. Ich will jetzt noch zu dritt. Ich wundere, warum geht da nach Fernsehen? Oh, Bruder. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Der eigentliche nach Fernsehen, die anderen, die alle anderen ging nach Sloppy, Digga. Der, warum gibt der alleine nach Fernsehen, Digga? Ja, scheiß doch dein Minis, Alter. Brutal. Das tut weh, Alter. Das tut so weh, Alter. Mal wenden, der wird die erste sein, der stirbt, Alter. Er alleine bei Fernsehen aus unserem Team ist. Keiner kann ihnen helfen, Digga. Gigi. Oder Gigi. Oh, Peppel, oder Grieke. Ehre. Ehre, Piere. Weißt du, mein Teammate ist... Ha, ich hab's gewusst, Digga, ich hab's gewusst. Er würde als erstes sterben gehen. Da ist sie, wie klar mir das war, dass er erstes stirbt, Bruder. Ja, glaub mir noch alles, du Spaß, Alter. Ey, nee, ey. Du schlägst gar kaputt, er stellt sich dreckig vor deinem Schläge, Digga, Bruder. So ein Pisser, ey. Es war ja gar nicht abgebildet, der Pisser. Junge halt Small, lass mich im Ruhe, Alter, da drüben. Geh kacken, Alter. Geh kacken, Alter. Der kam hier raus, der Womb hat er nicht die Truder geholt, über ihn, doch dann schlug. Einfach nur noch ein Material, aber schon, ich hab' message gemacht, ich hab' message gemacht. Ich hab' message together. Ich hab' message together. rein immer eine bremse nach draußen vor hey takes a later ja hier immer zu kategor die hier draußen die einzigste truhe von den sachen ja keiner hat die lüte ja jetzt mal so ein kack was ist das junge da ganz ehrlich ja dann haben wir ganz gut geholfen oder was jünger auf den Weg den Kack Spaß Junge ja Junge mal kaum draus nehmen wo kommt der andere Spaß daher Junge hat die ganze Lüte oder was ei Junge hat einen Scheißdruck zu suchen ganz ehrlich so ein Kack Spaß Alter das ist das Gute dran gut hab direkt mal eine 100 HP Kliker das war 100 HP aber das soll was überlassen aber wir werden ja alles allein weglooten weil es ein ehrenloser Typ ist gerade ja ich kann weiter nach hinten in der Zone in Sturm besser sagen ja gucke 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 jetzt ey damit jetzt alles auf da mach dich doch ja damit alles auf da gucke ja damit alles auf das kann nur ehrenloser Typ machen das ist halt ein ehrenloser Typ Alter Kack Spaß ach ich hab ihn nur betroffen Bruder ha hey das war mein alter alter jaja gib doch mal was ab alter so ein Kack Spaß bringt mich zum richtig ausgerasten ja moin ich hab auch noch eine Granate in den Baum digga ey digga oder erst Kikel klauen dann noch den ganzen Blut hinterher klauen digga ey so ein Kack Spaß ist das Junge alter dieser 후 in so einem alter bringt mich zum richtig ausgerasten mein job dahinten und kack spaß der kraft wird nur noch mehr alter die jtz hüftiger die dinge war zelt weiter so ein und dreißiger zielter alter schon mal kann man 30er typ sagt zu sagen jack jack ja 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 ich muss mal einen jacksack holen du hast ihn da draußen hey was ist denn jetzt in der liebsten wir haben ihn noch vor ein paar minuten hier als ob er auf der insel erlitten ist ja jetzt hat gemerkt dass er gegner ist so voll wo ist ein alter wo ist und geht er hin oder er hat er hat von mir da jetzt im job ok ok ich bescheid durch wochen muss Ist der jetzt hin, Bruder? Hä? Ah ja. Da hinten ist also. Okidoki. BATS! Oh, shit! Ich hab wieder auf Wirkstoff getroffen! Ja, Mann! Ich kann nur keiner ohne Sohn. Easy clap, Bruder. Mann, lass mal, du spaßt! Das hast du noch easy clap, Bruder. Er hat wirklich gedacht, er holt mich, Alter. Er hat wirklich gedacht, er holt mich. Ey, what's up, du spaßt! Jawoll, lass uns doch zurück, du Pisser. So ein 31er Typ, ey. Ich glaube, wir sind... Oh mein Gott, Bruder, chill! Oh mein Gott, Bruder, chill! Oh mein Gott, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn bitte! Hol ihn bitte, oh Piera! Hol ihn bitte, oh Piera! Oh mein Gott, da oben geht auch noch was. Digga! Help you, Alter! Was macht er denn da hinten, Bruder? Lass mich auch mal hin, Bruder! Was ist das für ein 20er Typ? Was ist das für ein 20er Typ? Ja, gehst du an, du Hulensohn, Alter! Ey, Junge, mich zurückzulassen, Alter! Wieso nicht, Alter? Ganz ehrlich! Ey! Der kackte Hulensohn hätte mich holen können! Aber nein! Dieser Hulensohn ist zu behindert, um mich zu holen! Die Sauern sind egal, Stauern, Alter! Keiner Hulensohn sich verrecken gehen, ey! Ganz ehrlich! Geh jetzt nicht! Der T-Mex hätte mich noch nicht mehr holen können, Alter! Aber nein, der haut lieber ganz drüben ab, Alter! Das hätte ja nichts zu tun, Bruder! Ein Mann, Alter! So bin ich ehrenlos von dem gewesen! Pfff! Und das ist ja auch noch nicht zu tun, und das ist auch noch nicht zu tun, alle! Er ist nicht als Loot klauen können, aber nicht retten können, oder was? Ey, Mann, Alter! Nur fünf Minuten, der Gang. Junge, deine Pickaxe behindert, Digga, dass deine behinderte Pickaxe sind, als würde ich die Pickaxe nutzen, ey. Junge, natürlich, wenn du dritt, oder warum nicht? Warum nicht? Oh, hä? Das ist so politisch, markiert eigentlich davon. Ja, natürlich, wie vor Ort, Baum, Alter. Misch? Growingilla. Brake, Sim! coulda pooämäng Ehhh! Bruder, was ist mit dir Zeit? Ich bin immer zufrieden bruder, tschüss. Ah! Okay, ich bin noch mal erwärmt durch die Bude, aber eh kommuniziert die vier Minuten noch. Ich hab ihn nicht aufgehört. Ich hab ihn nicht aufgehört. Nein, der noch das hätte gewohnt. Wo bist du denn? Ich hab ihn nicht aufgehört. Nee, da ist noch einer. Ey! JUNGER! Was ist der? Wie? Hö! Daisy, da hat sich hier oben, oder? Lass mich am Leben! Ha, ja, tust dich mal Schlafstieger. Was ist denn das denn? Lappen! Lappen! Hohansonn! Spass! F*** deine Hohansonn-Montag! Ja, moin, lad, meine Karte gut. Aber benutze auch die Rauchkanade, um zu verschwinden. Prima! Perfekt! Ja, mach's perfekt, gut, Bruder. Mach's richtig! Es ist auch so gut, um mich zu holen! Mach's richtig! Mach's richtig! Mach's richtig! Erzähl mich! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Lass das wieder... Ah! Ey, die können aber nicht wie viel mit uns hier los. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, Mann! Ich hab's richtig! Ich hab's UND bei Nein, die Server sind down, Bruder! Die Server sind down! Bruder, die Server sind down! Die Server sind down! Arno, wie kommst du dir? Also, weil Chancekills sind die Server noch nicht down, aber bei mir sind sie jetzt schon down. Man hat's gesehen, die Server sind down. Die Server sind down! Server sind down, Jungs! Die neuen Team kommt bald raus! Die Server sind down, Alter, Bruder. Das wird spannend. Die Server sind down, Bruder. Die Server sind down, Bruder. Server sind down, da guckt jetzt Server sind down. Da sind's erstmal down.